Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Q&A, das erste in dieser Saison und wirklich auch gefühlt nach einer Ewigkeit. Zu meiner Schande muss ich direkt zum Anfang sagen, das hier ist die zweite Aufnahme, weil von der ersten Aufnahme habe ich die Audiodateien irgendwie gelöscht und ich habe es nicht mal wieder gekriegt. Ich habe es mit ein paar Programmen versucht, zwei, drei Stück, keine Chance, die Audiodateien waren weg und ich wollte nicht die einfache Kameraaufnahme nehmen, also die Audiospur von der Kamera, weil das wollte ich keinen antun. Deswegen jetzt einfach nochmal Q&A 2.0. Also lasst uns anfangen mit der ersten Frage und die kommt von Ente ist Rente 6262. Cooler Name nebenbei. Was denkst du, wird in der Saison jemand in die DEL aufsteigen? Wenn ja, wer? Ich glaube, in dieser Saison ist es so sicher wie noch nie sonst. Ja, ich weiß, wir hatten mit den Löwen Frankfurt und den BDKM Steelers auch schon mal Kandidaten, aber allein von der Verhältnismäßigkeit, wie viele Chancen es dieses Jahr gibt, beziehungsweise diese Saison, ist nochmal komplett was anderes. Man hat diesmal fünf Kandidaten. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich, beziehungsweise unwahrscheinlicher, dass jetzt vielleicht Rosenheim aufsteigt, aber nie ausgeschlossen, muss man hinzufügen. Aber, wenn man diese Saison mal auf die Tabelle guckt, wie gesagt, immer Stand jetzt, weil wer weiß, was in zwei, drei Monaten ist und wie die Playoffs verlaufen, das wissen wir nicht. Deswegen, nur vom jetzigen Stand aus, haben wir einfach Kassel und Krefeld, die einfach die Speerspitze sind von der DEL 2 aktuell. Landshut ist leider jetzt wieder ein bisschen abgerutscht. Dennoch habe ich auch vor der Saison eigentlich schon damit gerechnet, dass Kassel und Krefeld wirklich gut durchstarten werden. Und das spiegelt wirklich die Tabelle aktuell wieder. Mit Kassel haben wir die beste Defensive und mit Krefeld die beste Offensive der Liga. Und auch bei dem Duell, also der direkte Vergleich, war Krefeld nur knapp besser. Das heißt, die zwei nehmen sich nicht so viel. Und vorausgesetzt, die Playoffs geben keine Überraschungen her, gehe ich auch wirklich davon aus, dass die zwei es unter sich ausmachen werden. Und es fällt mir natürlich jetzt auch schwer, wirklich zu sagen, wer wird Meister, wer steigt auf. Aber vom jetzigen Stand aus würde ich einfach behaupten, dass es von beiden wahrscheinlicher macht es wahrscheinlich Krefeld. Aber das soll jetzt nicht heißen, definitiv Krefeld. Kassel hat keine Chance. Es wird, wenn dann, eine knappe Kiste. Wenn sie denn, also vorausgesetzt, die spielen so weiter wie aktuell, dann machen sie es unter sich aus. Und es wird wirklich zum Ende eine knappe Kiste. Wo ich denke, Krefeld wird so minimal wirklich das Ding für sich entscheiden. Die nächste Frage kommt vom Schienenonkel. Wirklich einer meiner treuesten Fans. Deswegen ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Und er kommt mit folgender Frage. Und zwar, in der zweiten Liga geht es hinten ziemlich spannend zu. Wer steigt ab? Gut, schauen wir mal auf die aktuellen Playdown-Plätze. Ich meine, es kann sich im Laufe der Saison immer noch was geben. Irgendein Fein von oben kann auch komplett abstürzen. Oder einer von ganz unten kann sich noch schön nach oben kämpfen. Aber vom jetzigen Stand sieht es folgendermaßen aus. Bad Nauheim auf dem letzten Platz. Dann kommt Weiden. Dann kommt Selb. Und dann kommt die Eispiraten Grimmitschau. Von der Leistung bis jetzt könnte man eigentlich davon ausgehen, dass Bad Nauheim wirklich eine ganz schwere Zeit haben wird. Ich bin auch der Meinung, die werden sie jetzt erstmal noch haben. Weil jetzt wirklich vom letzten Platz sich hochzukämpfen ist nicht leicht. Ich hoffe, die richtigen Pulse werden jetzt mit dem neuen Trainer gesetzt, dass sie auf jeden Fall weiter nach oben angreifen können und von den Playdown-Plätzen wegkommen. Vorgemacht haben es die Eispiraten. Weil die sahen ja zu Beginn auch nicht wirklich gut aus. Ich glaube, die waren auf dem vorletzten und haben sich mit Bad Nauheim so ein bisschen abgewechselt mit dem letzten Platz. Haben sich aber jetzt gefangen. Und mit Platz 10 stehen sie auf jeden Fall schon ein bisschen stabiler da. Haben natürlich jetzt noch einen guten Weg vor sich. Aber könnte auf jeden Fall noch funktionieren. Vielleicht Playdowns bleiben so. Aber ich glaube nicht, dass sie absteigen werden. Und dasselbe denke ich auch über Bad Nauheim. Ich glaube nicht, dass sie ein ernsthafter Kandidat um den Abstieg sind. Selbst wenn sie wirklich jetzt auch gegen Saisonende die Playdowns spielen müssten. Da würde ich behaupten, sie retten sich in der ersten Runde. Die Kandidaten für den Abstieg sind aus meiner Sicht aktuell Selb und Weiden. Weiden war da zwischenzeitlich, sah das ganz gut aus. Aber sie sind jetzt auch wieder runter in den Tabellenkeller gerutscht. Und perspektivisch wird es auch nicht leichter. Selb ist momentan auch sehr angeschlagen. Das sah zu Beginn auch noch ganz anders aus. Ich glaube wirklich, dass die zwei das unter sich ausmachen würden. Wer weiß, wer zum Saisonende noch da unten reinrutscht. Aber für jetzt wäre es auf jeden Fall Selb und Weiden. Und wenn ich mir das Duell dann direkt angucke, man muss auch hinzufügen, die zwei sind die schlechtesten Heimmannschaften der Saison aktuell. Es ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Und gegeneinander angetreten, sahen wir zweite Playdown-Runde. Ich sage, Selb würde absteigen. Vom jetzigen Stand aus. Weiden, auch wenn es vielleicht auch eine ganz, 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 ganz knappe Kiste ist. Ich glaube, Weiden würde es schaffen, sich in der Liga zu heilen. Und Selb geht zurück in die Oberliga Süd. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die fand ich wirklich sehr interessant. Und die hat mal wirklich gar nichts mit DEL oder DEL 2 oder der Oberliga zu tun. Obwohl doch so ein bisschen, aber nicht vorrangig. Denn hier geht es um folgende Frage von Daniel Friesen 9468. Wen könntest du dir aus den viertklassigen Ligen in Zukunft in der Oberliga vorstellen? Und das fand ich wirklich sehr interessant. Deswegen ist er auch hier jetzt im Q&A gelandet. Und da muss man Folgendes betrachten. Die Regionalliga hat vier, beziehungsweise ist in vier Regionen eingezogen. Da hat man einmal Nord-, Ost-, die Bayern-Liga und Regionalliga Nordrhein-Westfalen. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach nur von jeder Region einen Favoriten nennen. Und damit hat sich das. Aber ganz so leicht ist es dann doch nicht. Deswegen will ich ein bisschen genauer drauf eingehen, für wen ich mich entschieden habe und warum. Und ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, aufzusteigen. Das ist nämlich das nächste Thema. Beginnen wir da einfach mal in der Nordstaffel. Beginnen wir jetzt bei den vier Regionen einfach mal im Norden. In der Nordstaffel ist es für mich eigentlich relativ eindeutig die Harzer Falken. Nicht nur, dass sie auch schon Oberliga-Erfahrung haben vor einigen Jahren, sondern sie spielen momentan richtig gutes Eishockey in der Regionalliga und sind einfach Top-Favorit. Und sie möchten auch aufsteigen. Sie können auch aufsteigen. Die Möglichkeiten sind da. Theoretisch auch, also wirklich mal auf weite Perspektive gesehen, vielleicht auch wieder die Krokodilis Hamburg. Ich meine, die sind ja in die Verbandsliga zurückgegangen wegen dieser Zwangsinsolvenz. Sind jetzt zurück seit dieser Saison in der Regionalliga Nord. Und ich glaube, momentan sind sie so im Mittelfeld. Ich sehe sie jetzt aber nicht unbedingt in den nächsten zwei Jahren in der Oberliga, wenn sie dann wirklich so performen sollten. Sondern ich rede da jetzt einfach mal von drei, vier Jahren. Vielleicht auch in spätestens fünf Jahren sind sie wieder in der Oberliga. Vielleicht eher, aber so nur meine Vermutung. Kommen wir nun in den Osten. Und da gibt es nämlich zwei Favoriten. Denn von der Leistung her, wirklich nur rein leistungstechnisch, gibt es da eigentlich keinen Weg dran vorbei an Fass Berlin und an den Chemnitz Crashers. Ich glaube, die Crashers, glaube ich, heißt das. Und die zwei sind wirklich einfach das Maß der Dinge in der Oberliga Ost. Ach, Oberliga Ost, sage ich schon. In der Regionalliga Ost. Siehst du, das komme ich schon ganz durcheinander mit Regionalliga, Oberliga. Auf jeden Fall, die zwei sind die Top-Klubs. Ja, man darf jetzt auch nicht aus Acht lassen. Die, wie heißen sie, Luchse Lauterbach und die Schönheider Wölfe. Oder Wölfe Schönheiden. Sorry, wenn ich es vielleicht ausgesprochen habe. Die vier gibt es eigentlich. Die anderen Vereine sind jetzt vielleicht nicht unbedingt der Rede wert. Die sind auch eher so die Zweitvertreter von großen Klubs. Ich glaube, auch vom ESC Dresden. Dann gibt es auch noch Weißwasser. Ich glaube, sogar noch ein Berliner Klub. Ich weiß nicht mehr genau, wie der jetzt hieß. Aber gibt es noch andere. Aber die vier sind es eigentlich. Aber von den vier wirklich nur Fass Berlin und die Chemnitz Crashers. Und da gibt es jetzt noch ein ganz spezielles Problem. Wie gesagt, ich habe es so richtig gut betont. Leistungstechnisch könnten sie aufsteigen und würden es wahrscheinlich auch in der Oberliga schaffen. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Aspekt. Und zwar zum finanziellen Stämmen. Und das ist da eher ein bisschen schwierig. Denn da hat man die Möglichkeiten einfach nicht. Man würde es in der, man muss es jetzt auch einfach aussprechen, die Oberliga ist dann die erste Profiliga. Und das ist bei den zwei Vereinen leider nicht gegeben. Das heißt, da müsste noch gearbeitet werden vorher, bevor man sich wirklich entscheidet, wir wagen den Schritt in die Oberliga. Und ich muss es einfach sagen, Chemnitz würde ich sehr gerne in der Oberliga sehen. Weil die haben ein so geiles Stadion. Da ist auch so viel Platz. Und wenn das richtig gefüllt wird, und das ist es ja teilweise auch bei Derbys, das wäre mega geil. Das würde ich richtig begrüßen und würde ich auch sehen. Das wäre richtig, richtig geil. Also in meinen Augen Chemnitz, aber ist auf jeden Fall jetzt in naher Zukunft wahrscheinlich nicht möglich. Vielleicht schafft man es, wenn man jetzt wirklich regelmäßig Meister werden sollte. Oder wirklich, man ist ja auch einer der Top-Favoriten immer. Man entscheidet sich dazu mit einem großen Sponsor im Nacken. Okay, wir wagen den Schritt in die Oberliga. Muss halt wirklich ganz, ganz, ganz gut überlegt sein, weil das ist ein gewagter Schritt. Da sind schon viele Vereine dran gescheitert. Kommen wir nun zur Bayern-Liga. Und da kann ich es eigentlich relativ kurz machen, wen ich da perspektivisch und auch in naher Zukunft in der Oberliga sehe. Und das wären die Erding Gladiators. Weil der Klub, machen wir es ganz einfach, die wollen, die können, es ist möglich und die sind ja auch schon in der Warteschlange gewesen. Also die waren sogar zweiter Nachrücker, letzte Saison war das meiner Meinung nach, weil sie im Halbfinale ausgeschieden sind. Hat leider nicht geklappt, aber die wollen, die können, also die können nicht nur finanziell, die können es auch leistungstechnisch. Also sie sind einfach in der Lage. Deswegen, die sehe ich in naher Zukunft definitiv in der Oberliga Süd. Und jetzt kommen wir zu unserem ganz speziellen Kandidaten und zwar die Regionalliga Nordrhein-Westfalen. Bevor ich das jetzt genauer erläutere, sage ich erstmal meine Kandidaten, die es auch wirklich von der Leistung her schaffen und auch finanziell in der Lage wären. Das wäre einmal die Ratinger Eis-Aliens und die Eis-Adler Dortmund. Die sind wirklich das Maß der Dinge dort in der Regionalliga. Die schießen die Liga, die haben die finanziellen Möglichkeiten und die wollen auch in die Oberliga. Es gibt da nur ein Problem, was so, naja, was so die graue Wolke über der Regionalliga NRW ist. Und zwar geht es um den Fakt, dass man nicht aufsteigen darf aus dieser Liga. Was meine ich damit? Naja, ich erkläre es euch mal ganz kurz, damit ihr das nachvollziehen könnt. Und zwar, und es nagelt mich nicht auf die richtige Zeitspanne fest, ich meine vor zwei oder drei Jahren müsste es gewesen sein, ich sage jetzt mal zwei Jahre, da kam es nämlich zu einer Situation, die eigentlich sehr unschön für zwei weitere deutsche Vereine war. Beziehungsweise sogar drei, ne, drei deutsche Vereine. Und zwar hat sich die Regionalliga NRW entschieden, wir nehmen keine Vereine mehr außerhalb von NRW auf. Das hat betroffen Dietz-Limburg, Neuwied und die Luchse Lauterbach. Lauterbach ist natürlich noch in der Regionalliga Ost untergekommen, das passt geografisch noch ganz gut. Aber Dietz-Limburg und Neuwied haben sich dann der Bene-League in Belgien und Holland angeschlossen. Gut, das ist jetzt die CEHL, also die Central European Hockey League, aber das tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall mussten die halt dahin flüchten. Und das ist halt einfach schade. Und das hat auch der DEB so weitergegeben an die Regionalliga und hat, man kann es so ausdrücken, einfach eine Strafe verhängt. Aufgrund der Tatsache, dass einfach die anderen deutschen Vereine nicht aufgenommen wurden, weil die Vereine in der Regionalliga NRW haben sich dagegen entschieden, die aufzunehmen. Okay, dann hat sich der DEB gedacht, gut, als Konsequenz darf keiner von euch aufsteigen. Nur eine kleine Nebeninfo, ich weiß nicht, wie lange diese Bestrafung jetzt gilt. Ob das jetzt nur dieses Jahr ist, die nächsten zwei, drei Jahre, das weiß ich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal von drei bis fünf Jahren aus, ich weiß es nicht, wie gesagt. Vielleicht ist es auch erstmal unbegrenzt, keine Ahnung. Deswegen gehe ich jetzt einfach nur von dem Fakt aus, dass die Vereine nicht aufsteigen dürfen. Fast alle. Denn ich habe mal ein bisschen gelesen und habe einen Artikel gefunden über die Eisadler Dortmund. Und in dem stand, dass es noch so eine Art Hintertürchen gibt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Dortmund der einzige Verein war, aber ich spreche jetzt mal davon. Vielleicht war es noch ein anderer, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Dortmund war einer der Vereine, der sich nicht dafür entschieden hatte, die einer Vereine auszuschließen. Die haben sich enthalten und dementsprechend gäbe es da vielleicht die Möglichkeit, wenn Dortmund Meister wird in der Regionalliga NRW, dass sie aufsteigen könnten. Wie das jetzt im Nachhinein aussehen könnte und ob das wirklich so funktioniert, weiß ich nicht. Aber wenn das wirklich stimmen sollte, sehe ich da eigentlich kein Problem, dass die aufsteigen dürften. Deswegen sage ich, Rating schafft es erstmal nicht, solange halt wirklich diese Strafe da ist. Aber Dortmund ist eigentlich jetzt, also hängt Rating gar nicht so groß hinterher. Für die ist die Meisterschaft definitiv auch drin. Also, ich will nicht sagen zu 100 Prozent, aber doch schon ziemlich sicher ist die Dring-Meisterschaft. Machen wahrscheinlich auch die zwei einander aus, je nachdem wie sie dann in den Playoffs performen. Aber stand jetzt in naher Zukunft, die Eisadler Dortmunds sehe ich in der Oberliga. Kommen wir zur nächsten Frage, die auch wirklich sehr interessant ist und die kommt von Araklon. Sollte die Coaches Challenge auch in der DEL eingeführt werden, bei den deutlich steigenden Fehlentscheidungen der Unparteiischen mittlerweile, wäre ich stark dafür. Also, wie ich schon gesagt habe, ist es wirklich eine sehr gute Frage. Für die, die nicht wissen, was die Coaches Challenge ist, soll es ja, also soll immer noch so Leute geben, mal ein kurzer Abriss, was das bedeutet. Und es geht einfach darum, dass der Trainer mögliche Fehlentscheidungen bei einem gefallenen Tor reklamieren kann. Vielleicht ein nicht gegebenes oder nicht gesehenes Abseits der Schiedsrichter oder vielleicht eine Torhüterbehinderung. Solche Sachen sind dann möglich, dass die reklamiert werden können. Natürlich kann man die nicht immer einsetzen bei jeder Kleinigkeit. Zum Beispiel bei einem nicht gegebenen hohen Stock oder bei einer normalen Behinderung von einem Spieler, da darf man das nicht machen. Auch jetzt zum Beispiel in der letzten regulären Spielminute, das heißt in der 60. Minute, darf man auch keine Challenge wahrnehmen. Und auch in der Overtime nicht. Auch das Melden der Challenge ist eigentlich relativ simpel, denn da wird vom Trainer einfach der Schiedsrichter angesprochen. Ob es jetzt der Hauptschiedsrichter ist, der gerade an der Bande steht oder der Linesman, das ist eigentlich egal. Der Trainer kann einfach sagen, hier, Coaches Challenge, ich habe da was oder ich möchte was loswerden. Wie oft darf der das machen? So oft er möchte. Aber jetzt bevor alle sagen so, oh mein Gott, das gibt ja ein komplettes Durcheinander und da wird immer nur die Challenge eingeworfen und da ist einfach der Spielfluss kaputt. Ganz, ganz, ganz ruhig. So einfach ist es dann doch nicht. Ja, er kann es so oft machen, wie er möchte, aber jedes Mal, wenn dann die Challenge nicht richtig ist, also zum Beispiel er sagt, das Tor kann nicht zählen, da war vorher abseits, aber es war kein Abseits. Also wenn einfach diese Challenge ins Nichts verläuft und es trägt gewöhnlich keine Strafe bzw. das Tor wird nicht zurückgenommen, dann ist der Klub, wo der Trainer die Challenge eingeworfen hat, ist einfach leider ein bisschen im Nachteil. Denn man hat dann eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Spielverzögerung. Mal als kleiner Vergleich, obwohl der vielleicht ein bisschen hinken könnte, weil ich vergleiche das jetzt mit der NHL. Denn in der NHL, in der Saison 2022-23 waren nur 33 Prozent der Challenges erfolgreich und das ist nicht gerade viel. Das heißt, die Trainer werden sich dann auf jeden Fall in Zukunft auch ein bisschen zügeln. Vielleicht am Anfang werden sie es ein bisschen übertreiben, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, es wird sich dann so einspielen, wo sie sagen, okay, gehen wir das Risiko ein, um dann in Unterzahl zu spielen. Vielleicht wirklich Unterzahl sehr starke Teams gehen, glaube ich, dieses Risiko dann ein bisschen öfter ein. Aber das müssen wir dann einfach mal sehen. Denn einfach nur zu sagen, okay, ab nächster Saison machen wir die Challenge, so einfach ist es nicht. Denn es ist auch eine Investition in Technik nötig. Man muss auch schauen, dass man auf jeden Fall die ganzen Kameraperspektiven hat und die Trainerbänke bzw. die Spielerbänke müssen dann auch mit Tablets ausgerüstet werden, damit das immer regelmäßig geprüft werden kann. Okay, ist da vielleicht irgendwas? Können wir irgendwas beanstanden? Deswegen, da ist auf jeden Fall auch Investition nötig. Und es war ja auch eingangs die Frage, ob man das in der DEL einführen kann. Wahrscheinlich eher als in der DEL 2. Aber ich sehe es leider auch schon in der DEL 2, obwohl es dann natürlich mit der Investition ein bisschen schwieriger ist, weil noch mehr Kosten und die Klubs sind jetzt, ich sag mal, nicht die reichsten, nicht so wie zum Beispiel die DEL. Aber ich finde es schon, dass es dann eher an beiden Ligen gemacht werden sollte. Aber vielleicht in der ersten Saison zum Ausprobieren nur DEL. Aber prinzipiell sage ich jetzt einfach mal, die Coach Challenge, da ist es nicht die Frage, ob es kommen wird, sondern eher, wann es kommen wird. Kommen wir jetzt mal zu einer kleinen Zwischenfrage von Gunther6167. Bei welchen Spielen bist du diese Saison noch? Bist du auch beim Wintergame? Also für die, die es nicht mitbekommen haben sollten, das Wintergame ist am 4.1.2025 im Deutsche Bankpark in Frankfurt, also im Fußballstadion, mit einer Maximalkapazität von 55.000 Leuten. Und das wird, glaube ich, eine richtige Party. Und ja, da bin ich dabei, denn im Fußballstadion 55.000 mögliche Besucher beim Derby Löwen Frankfurt gegen Adler Mannheim. Das muss knallen, also da bin ich mir fast sicher und das wird richtig, richtig geil. Ich freue mich mega drauf, deswegen lasse ich mir das nicht entgehen und bin auf jeden Fall vor Ort. Ansonsten, was noch andere Termine angeht, die ich vielleicht diese Saison, oder war das diese Saison, ja, wo ich diese Saison noch sein werde, kann ich fix nicht sagen. Weil es ist halt einfach beruflich und familiär sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Das war zum Beispiel zu letztem Jahr noch ein bisschen einfacher. Diese Saison ist halt einfach nicht so leicht. Ich war zwar auch in München, ja, aber alles, was jetzt noch kommt, ist eher spontan. Also ich habe nichts geplant, um es jetzt einfach auf den Punkt zu bringen. Vielleicht schaffe ich es mal zu einem spontanen Besuch nach Bad Nauheim, was für mich hier am nächsten ist. Oder vielleicht wirklich nochmal in die Frankfurter Eisportale an sich, also nicht nur das Wintergame. Mannheim ist ja auch nicht so weit weg von mir. Köln war ich schon, Kassel war ich auch schon, weil, ja, will ich auf jeden Fall auch nochmal hin. Aber prinzipiell erstmal dahin, wo ich noch nicht war. Das wäre schon so mein Ziel. Deswegen mal gucken. Es ist halt wirklich sehr spontan, aber wenn ich was weiß und Karten habe, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Wahrscheinlich werde ich es ja dann zuerst auf Instagram erfahren. Das heißt, wer da noch nicht abonniert hat, gerne mal machen. Aber erst nach dem Video bitte. Denn jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Frage, die ich auch sehr cool finde. Und das betrifft auch so mehr oder minder auch meine Trikot-Rankings. Denn die Frage kommt von Grüner Farbklecks. Passt auch ganz gut zum Thema eigentlich. Wie wird entschieden, wann die Alternativ-Jerseys, beziehungsweise die dritten Trikot-Designs getragen werden? Gibt es Regeln dazu oder frei nach Gutdünken? Gutdünken. Ist das richtig? Gutdünken. Ja, ich glaube schon. Ich habe das Wort so noch nie gehört, deswegen muss ich gerade nochmal gucken. Muss ich auch nachgucken, weil das war auch eine Frage, die hat mich schon interessiert. Und ich bin da wirklich ziemlich abgetrifftet. Also nicht abgetrifftet, sondern wirklich so tief reingegangen, weil ich war im DE2-Regelwerk sogar drin. Und wollte das wirklich erfahren. Und da habe ich noch zusätzliche Sachen erfahren, wo ich dachte so, gut zu wissen. Denn da haben sich noch so offene Fragen für mich geklärt. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal zur eigentlichen Frage. Wann wird sowas entschieden, beziehungsweise festgelegt? Ich mache es jetzt einfach mal kurz und sage, es gibt keine fixe Regelung. Es ist einfach nur das Ding, dass Heimannschaft und Gastmannschaft sich da auf jeden Fall schon austauschen sollten. Das heißt beispielsweise jetzt, wenn Iserlohn nach Straubing fährt, das heißt Straubing ist die Heimannschaft, dann sagen sie einfach, okay, wir spielen in unseren Third-Jerseys. Und für Iserlohn ist das ja eigentlich kein Problem, weil auswärts spielt man eh meistens mit Weiß. Von daher, es ist eigentlich kein Thema. Man soll es trotzdem untereinander absprechen. Da hat eigentlich nie einer was dagegen. Warum auch? Gibt auch noch eine extra Regelung dafür. Also wie das gleich noch kommt mit Heim-Jersey und Auswärts-Jersey, machen wir gleich. Aber prinzipiell gibt es da keine fixe Regelung. Letzten Endes haben dann die Schiedsrichter das letzte Wort. Das heißt, wenn die sagen, dass ich zum Beispiel das Alternative-Jersey und das Auswärts-Jersey nicht genug, also die können das nicht richtig auseinanderhalten, können die sagen so, nee, geht so nicht, bitte zieht das andere an. Dann ist das so. Wüsste jetzt aber aus dem Kopf nicht, wann sowas mal passiert ist und ob das überhaupt schon mal passiert ist. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber ich kann ein konkretes Beispiel nennen, was mir so direkt in den Sinn kommt. Und zwar war das Rosenheim in der letzten Oberligasaison. Also da, wo sie auch den Aufstieg klar gemacht haben. Da haben die auch eigentlich sehr oft, wenn nicht sogar ausschließlich, mit ihren Alternative-Jerseys gespielt. Das war dieses Schwarze mit diesen schon eher giftleuchtgrünen Streifen. Die sahen, by the way, mega geil aus. Aber da kann ich mich entsinnen, das war sehr oft. Also die haben das sehr oft gespielt. Das war dann auch irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen Ritual. Wie nennt man das denn? Eher so wie ein Glücksbringer, weil sie dadurch so viele Siege eingefahren haben. Aber es ist nicht Glücksbringer, das Wort, was ich suche. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt selber auf den Lippen haben. Ist ja meistens so, wenn man es sucht, dann fällt es einem nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Da hat man das einfach weiterhin getragen. Also als gutes Omen. Das lassen wir so. Und da ist es mir zuletzt aufgefallen. Ich meine aber auch, dass Ingolstadt sowas auch mal hatte. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich habe nicht so genau recherchiert, was das jetzt angeht. Ich habe gesagt, Rosenheim ist das Erste, was mir eingefallen ist. Aber kommen wir jetzt nochmal zum etwas tieferen Punkten. Und zwar geht es ja darum, ich hatte bei meinem Trikot-Ranking in der Oberliga Süd. Da ging es um die Stuttgart Rebels. Die haben ja einen Contest gemacht, wo ein Trikot gewonnen hat, weil es das künftige Heimtrikot werden sollte. Da war so ein bisschen mehr Gelb hier oben. Aber letzten Endes war es ein anderes, wo viel mehr Dunkelblau war. Es wurde leider nicht offen kommuniziert, warum das geändert wurde, beziehungsweise warum man ein komplett anderes genommen hat. Und ich habe die Frage auch da offen gelassen. Es gab dann einen Kommentar, der hat das dann so ein bisschen beschrieben, dass es da wahrscheinlich irgendwas gibt, dass man einen gewissen Anteil an dunkler Farbe haben muss im Heimtrikot. Fand ich auf jeden Fall interessant. Aber jetzt habe ich erst die Lösung rausgefunden. Und zwar, ein Trikotsatz muss 80% helle Grundfarbe haben und ein Trikotsatz muss 80% dunkle Grundfarbe haben. Also mindestens. Und da sind wir schon beim Punkt. Das heißt zum Beispiel, Stuttgart hatte einfach zu wenig Dunkelanteile in ihrem Heimtrikot. Okay, damit ist es schon geklärt. Ich würde es ja theoretisch hier schon belassen mit der Frage. Ich meine, die ist ja schon längst geklärt. Aber ich werde euch trotzdem noch eine Sache mit an die Hand geben, wo ich wirklich ein bisschen baff war. Weil diese Richtlinien gehen noch richtig tief rein. Soll bedeuten, es gibt wirklich Richtlinien für die Farbcodes. Also jeweils dunkel und hell. Beispiel. Du hast eine dunkle Farbe. Sag mal, irgendein Farbcode ist eine Farbe. Und ab der Farbe und dunkler darfst du verwenden. Für die Heimtrikots dann. Dasselbe für Rot, Gelb, Grün und so weiter und so fort. Und im Umkehrschluss dann auch für hell. Ein bestimmter Farbcode. Und ab da und heller darfst du verwenden. Und das ist alles festgelegt. Auch die ganzen Farbcodes. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich war ein bisschen baff, weil ich das gelesen habe. Ich so, okay, ihr seid richtig, richtig, richtig tief drin und wollt es ganz genau wissen. Absoluter Knaller. Also danke für die Frage. Das hat mir ein bisschen mehr beantwortet, als ich wollte. Auch für mich selber. Und wer jetzt wirklich noch dran ist, nach diesem Rumgenörde. Dankeschön. Aber wir machen jetzt weiter mit der nächsten Frage. Und die nächste Frage kommt von keiner ahnt. Bleiben die Scorpions sich treu und verpassen erneut den Aufstieg in die DEL 2? Mit meiner Indianer-Fanbrille finde ich das gar nicht so schlecht. 24 Derby-Niederlagen in Folge hin oder her. Immer wenn die Scorpions kommen, ist die Stimmung am Turm super. Egal mit welchem Ergebnis. Das ist doch mal schön, weißt du? Er war erstmal so auf den Fan eingegangen hier. Er ist Indians-Fan und freut sich immer, wenn die Scorpions kommen. Auch wenn man wirklich schon jetzt 24 Derby-Niederlagen in Folge einstecken musste. Das ist es doch. Das ist Eishockey. Das sind die Eishockey-Fans, die man haben möchte. Super. Der ist einfach nur geil auf die Stimmung. Egal gegen welchen Verein. Halt am liebsten gegen das Derby. Okay, jetzt habe ich Derby gesagt. Auch schon. Da wegen Derby-Niederlagen. Jetzt kommen wieder welche mit. Die Scorpions sind doch gar nicht Hannover. Die sind Wedemark. Ja. Ist ja auch gut jetzt. Ihr wisst alle, was gemeint ist. Man kann es auch ganz genau nehmen. Ich weiß. Und jetzt komme ich einfach mal zu der Antwort. Also beziehungsweise meiner Einschätzung. Und die sagt einfach, von meinem Gefühl her, ist glaube ich, diese Saison, ist es am wahrscheinlichsten, dass sie aufsteigen könnten, als in den letzten vier, drei. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also von der Oberliga in Nord mache ich mir keine Sorgen, dass sie auf jeden Fall Hauptrundenmeister werden. Und wahrscheinlich auch mindestens Halbfinale. Da wäre ja auch wieder Schluss, wenn nicht. Wenn nicht sogar eher ins Finale kommen würden. Das Problem, beziehungsweise auf der anderen Seite, hast du immer die Oberliga Süd. Und das ist der Knackpunkt in den letzten zehn oder elf Jahren. Ich habe das irgendwann mal nachgezählt. Also es sind wirklich sehr viele Jahre schon, wo nur Vereine aus der Oberliga Süd aufgestiegen sind. Und das ist ultra krass. Das spricht wieder für die Dominanz. Wie gesagt, die letzten Jahre würde ich sagen, okay, da war die Oberliga Süd wirklich immer stärker. Man hat zwar auch aktuell Deckendorf, die darf man nicht unterschätzen, Billigheim. Die jetzt super wieder am Kommen sind. Also hätte ich so jetzt am Anfang auch gar nicht gedacht. Und ich habe die gar nicht für den Aufstieg jetzt so in Betracht gezogen gehabt. Wie gesagt, ist noch früh in der Saison und die Playoffs sind auch noch mal eine ganz andere Welt. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, diese Saison ist es am wahrscheinlichsten, dass Hannover aufsteigen könnte. Und wenn sie es diese Saison nicht schaffen, ich glaube, das sage ich auch schon gefühlt jedes Jahr, dann sehe ich Schwarz in Zukunft. Dann würde ich mich gar nicht mehr äußern, weiß ich nicht, ob ich dann jeweils noch zu den Hannoveranern sagen würde, jo, die schaffen es diese Saison. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt die letzte Saison, beziehungsweise auch die erste seit Jahren, wo sie die größte Chance haben, aufzusteigen. Auch wenn es schade fürs Derby wäre, gebe ich zu. Ich wollte es mir eigentlich auch schon mal live angucken, habe es aber bis heute nicht geschafft. Wer weiß, wenn sie aufsteigen, dann brauche ich das auch nicht mehr anzugehen, außer sie steigen direkt wieder ab. Das glaube ich jetzt aber nicht. Deswegen, naja, schade eigentlich dann. Aber egal, trotzdem zu den Indians komme ich auf jeden Fall irgendwann nochmal. Das steht außer Frage, das werde ich tun. Deswegen sage ich einfach, schaffen sie es in die DEL 2? Ja, sie schaffen es. Ich sage jetzt einfach, ja, sie schaffen es. Wird wahrscheinlich am Ende der Saison ein bisschen auf die Nase fallen mit meinem Tipp, weil ich glaube, auch in der Prognose für die Oberliga habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass Hannover aufsteigen wird. Aber gut, so und das war die letzte Frage für heute. Nicht wundern, wenn jetzt einige Fragen nicht rangekommen sind. Es wird, also, die Fragen waren sehr gut. Ich habe aber ein, zwei Themen, dachte ich mir, hey, ein komplett eigenständiges Video dazu wäre auch nicht verkehrt. Deswegen sind die nicht rangekommen. Deswegen seid wundern, ihr könnt ja auch selber mal gucken im Community-Tab auf YouTube. Da stehen ja die ganzen Fragen, dann könnt ihr dann selber ausfiltern. Ah, okay, vielleicht kommt dazu ein eigenes Thema oder dazu. Guckt ja selber einfach mal nach. Deswegen, nicht wundern an diejenigen, wo die Fragen jetzt nicht rangekommen sind. Und bevor ihr wegklickt und ich mich verabschiede, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann macht das bitte. Es ist kostenlos und es würde mich wahnsinnig unterstützen. Also, vielen Dank fürs Abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Bis bald. Mohammed. Nein. Ja. Ja. Genau. Ja. Aaaah. Haa. Ja. Ja. Ja.